Hallo Bist du der wahre Lehmann? Ja, es gibt nur einen wahren Lehmann und das bin ich Was bedeutet es für dich, der wahre Herr Lehmann zu sein? Wie wichtig ist dir das? Es ist mir eigentlich gar nicht wichtig, es ist einfach nur mein Leben Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was ich auch den Leuten vermitteln möchte Lebt einfach Ihr sollt gar nicht darum kämpfen, irgendwie berühmt zu sein Oder irgendwas, lebt einfach Weil genau das ist das Wichtige bei der Sache Und Mareike, wie machst du das, dass dir immer die Frauen so zu Füßen liegen? Ja, mit einem Lächeln und so ist schon mal die Hälfte getan Also das Ganze kann man in einem Satz machen Und zwar Optionen Hört zu, Optionen, die ihr nicht nutzt, die habt ihr nicht Okay, ich glaube dir aber immer noch nicht Ja, was willst du hören von mir? Soll ich das dir beweisen? Ja Das ist der wahre Lehmann Okay